warst du endlich einkaufen ist echt jetzt das bisschen tost haben wir jetzt essen ist das dein scheiß ernst wenigstens etwas alter sei mal froh immer was vernünftiges einkaufen aber da jetzt dann gib mir geld von deinem gehälter dann kommst du 300 euro 500 millionen ich habe voll hunger nach der arbeit mann du kannst du nicht mit zwei packen toast kommen wir sollen was essen ich habe zwei geholt eine kriegst du eine kriege ich mich verarschen louis was soll das was den tost hier und die einkaufen jetzt geht es raus einkaufen doch ich habe hunger nach der arbeit was hast du heute gemacht also nichts du gehst mir auf den keks echt jetzt